Und wie sind Sie dazugekommen, dass Sie Taxifahrer geworden sind? Ja, mein Vater hat zu mir gesagt, warum sollst du das nicht machen? Du bist doch auch nicht dümmer als die anderen. Seit einiger Zeit gibt es in München auch Frauen am Taxisteuer. Bis heute wurde vom zuständigen Amt für öffentliche Ordnung allerdings erst viermal eine Fahrerlaubnis an Frauen vergeben. Sie sind da gerade aus einem Taxi ausgestiegen, wo eine Frau am Taxisteuer war. Was waren das für Gefühle? Ja gut, und zwar weil ich das erste Mal mit einer Frau gefahren bin. Überhaupt in Ihrem Leben das erste Mal mit einer Frau steuert. Also ich möchte es selber probieren jetzt. Ich habe gar Angst. Nein, 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 unter gar keinen Umständen. Wie lange haben Sie schon in Führerschein? Ich habe in Führerschein seit fünf Jahren jetzt. Von 6 Uhr früh bis um 5 Uhr. Bis um 5 Uhr? Ja, sind elf Stunden. Und was verdienen Sie jetzt da? Ja, nein, durchschnittlich 25 bis 30 Mal mit Trinkgeld.